Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem neuen Format zu Watchlist. Die jüngste Kursrallye beim DAX, die ist ja erst mal gestoppt, das heißt zwischen dem letzten Allzeithoch bei 10.980 Punkten und auch dem aktuellen Stand, da liegen jetzt gut 300 Punkte. Die Anleger sind natürlich verunsichert, was passiert mit den griechischen Staatsschulden, bleibt Griechenland überhaupt weiter in der EU, auch die Ukraine-Krise ist noch ein Thema und keine Einigung in sich. Das sind natürlich alles Gründe, weshalb die Anleger dann doch lieber erst einmal Kasse machen und die Gewinne mitnehmen. Aber, liebe Zuschauer, wir haben heute die Werte auf unserer Watchlist, die sich entgegen dem Markt gut behauptet haben in der vergangenen Woche. Und Sie sehen schon im Hintergrund, wir starten mit CompuGroup, da konnte man nämlich in der letzten Woche ein Plus von 10,6 Prozent aufzeigen. Die CompuGroup, die bietet Kommunikationstechnologien im Gesundheitsbereich, das heißt Ärzte, Labore und Apotheken, die nutzen hier Online-Informationsdienste und eben auch internetbasierte Abrechnungen. Und Sie sehen schon, heute ist das Kurs plus zwar etwas kleiner, aber immerhin 0,2 Prozent, der Kurs aktuell bei 25,99 Euro. Soweit zu CompuGroup. Außerdem bei uns auf der Watchlist, Contron. Hier hat man in der vergangenen Woche ein Plus von 11,8 Prozent hingelegt. Contron ist ja ein Technologiekonzern und hier gab es auch ein Analystenrating, die der Z-Bank dirät zum Kauf. Und hier hat man schon gute vierte Quartalszahlen gesehen. Hier sind wir momentan auch so auf dem leichten Konsolidierungsmodus 0,03 Prozent im Plus, also 5,91 Euro aktuell, aber trotzdem starke Wochenperformance bei Contron. Eikstron, liebe Zuschauer, jetzt wird spannend. Und der Maschinenbaukonzern, der konnte 12,2 Prozent ganz entgegen dem schwächelnden Markt in der vergangenen Woche hinlegen. Hier hat die Investmentbank Otto Seidler zum Kauf geraten. Man sieht hier das Kursziel bei 10,50 Euro und Sie sehen schon 7,33 Euro. Auch hier jetzt in den letzten Tagen etwas verhaltener, trotzdem saftiges Kursplus von 1,52 Prozent, was wir hier heute sehen. Man hat den Abwärtstrend verlassen bei Eikstron und das sieht auch weiterhin positiv aus. QSC, der IT-Dienstleister, hat sich ebenfalls entgegen dem Markt deutlich positiv behauptet. Man hat hier ein Plus von 12,7 Prozent in der vergangenen Woche hingelegt. Die Jahresperformance, die liegt bei einem Plus von 18 Prozent. Das ist natürlich auch nicht zu verachten und Sie sehen schon bei der Charttechnik, da sehen wir, dass es momentan auch etwas seitlich gerichtet geht. Aber diese Tiefs haben wir hinter uns, wir haben den Abwärtstrend schon im Dezember des vergangenen Jahres durchbrochen und zwar nach oben durchbrochen. Und damit kommen wir zu unserem Wochenabstauber, zu unserer Nummer 1, nämlich Südzucker. Der größte europäische Zuckerproduzent hat auf Wochensicht ein Plus von 12,9 Prozent aufgezeigt. Man hatte ja hier schon eine lange, lange Durststrecke im letzten Jahr hinter sich, wo Südzucker wirklich sowohl durch Analysten, aber eben auch durch, ja man muss sagen, die Chartperformance deutlich enttäuscht hat. Aber man muss sagen, mittlerweile hat sich Südzucker wieder ein bisschen aus diesem Abwärtstrend rausgeschoben. Und da hat man sich jetzt sehr positiv behauptet. Jetzt ist natürlich interessant, wie es hier weitergeht. Liebe Zuschauer, das war schon die Watchlist für heute. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.